Danke, mein Freund. Du hast mein Leben gerettet. Es war zu knapp. Die Stirnacken ziehen ihre Missionen immer durch. Wir müssen hier weg, bevor das Einsatzkommando hier ist. Komm schon, ich zeig dir den Weg. Es ist still hier. Wir können warten, bis der Überfall zu Ende ist. Siri hat mir gesagt, wonach du suchst. Du findest es hier irgendwo unter der Erde. Aber ich weiß nicht genau, wo. Sei vorsichtig und viel Glück. Ah ja, okay. Okay, also, ähm... Vorm Abspeichern hatte ich vergessen, mit Maulwurf zu reden. Das holen wir jetzt nach. Daher hatte ich wahrscheinlich noch keine Koordinaten. So, zu Maulwurf. Ich suche nach Informationen über Strohleck. Ser... 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 Rich? Sergi? Sagte, du wüsstest etwas über ihn. Sergi? Tja. Na gut, hör zu. Die Sagen, Strohleck hatte sich früher hier herumgetrieben. Und außerdem soll sein Versteck hier irgendwo unter der Erde sein. Ich habe gehört, dass eine Gruppe hier sogar eine Basis hat. Wir haben auch nach dem Versteck gesucht, aber nur Scheiße gefunden. Ich gebe dir die Informationen über das Versteck. Aha, das, das habe ich gesucht. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Hier, das ist alles, was wir über das Versteck von Strelok wissen. Wie komme ich in den Keller? Dies ist einer der vielen Ausgänge, die dich zu den untereinander verbundenen Kellern führen. Einmal da drin, bist du auf dich allein gestellt. Ich habe keine Karte und das Kellernetzwerk ist riesig und verwirrend. Neuer Auftrag. Das Versteck von Streloks Gruppe finden. Auftrag erfüllt. Maulwurf retten. Informationen über Strelok beschaffen. Aha, danke für die Information. So. Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier auch schon erledigt, weit mehr erledigte Aufgaben. Jetzt haben wir den Maulwurf gerettet, was gerade eben noch nicht der Fall war. Und die Information vom Maulwurf beschaffen. Das haben wir auch erledigt. So, was haben wir jetzt als aktiv? Das Versteck finden. Im Versteck noch Informationen über Strelok suchen. Den Untergrund verlassen. Die Banditen beim Agraprom Forschungsinstitut die Militärdokumente stehlen, die Dokumente zum Wirt bringen. Die Banditen beim Agraprom Forschungsinstitut ausschalten. Das haben wir schon unterirdisch gemacht. Zurückkehren und die Belohnung kassieren. Ja, da müssten wir wieder zu dem Händler ganz weit unten. Hier im Kordon. Werden wir sehen, ob wir das machen oder nicht. Erstmal Strelok's Versteck und wieder hinein. Zack. Herzlich Willkommen, Hagola. Right or left? I think we are going left. I think we are going left. Wir haben siebzehn Uhr vierunddreißig. Wir haben siebzehn Uhr. Wir haben siebzehn Uhr. Wir haben siebzehn Uhr. Das war's für heute. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Okay. 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 Was ist das? Was ist das?